Die Tante Helga, du hast diese Frau nicht verstanden. Und die hat gern geredet, die hat viel geredet, null, absolut null verstanden. Und drum haben wir das halt dann so gemacht. Wir haben dann so doa, wie wenn wir sie verstehen dann. Verstehst, wenn sie irgendwas gesagt hat, haben wir immer gesagt, ja, ja, genau, freule, 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 ja, ja, die Tante Helga, da hast du wieder recht. Genauso wie es du sagst, genauso wie es sagt, sie es gehört, jetzt hat sie es wieder gesagt. Keine Ahnung was. Wahrscheinlich hat sie gesagt, ich lebe in einer Idiotenfamilie. In derer Hütten ist einer blöder wie der andere. Die Tante Helga, wenn sie verstehen dann dabei, verstehen sie aus absolut null. Wie behämmert kann man sein?